Schnell in die neue Sicherheitszone. Oh, shoot. Noch 10, fast geschafft. Jetzt darf ich dich schießen, ne? War das eine von die Ohrschlächer vorher? Ja, das ist nicht so groß. Okay, komm, echt jetzt? Warte mal, der hat sicher ein Mate in Ruhe. Ja, der Kabel geht grad hin. Da ist er. Gehild gebetet. Sauber. Alter, der ist wirklich nicht stabil. Na? Gut gemacht. Danke. Okay. Glaubst du, siehst du? Oder nein? Trash! Ach, sah nicht so gut. Ja. Gegen was hast du jetzt getauscht? Oh, jetzt diegel. Na, passt. Mir passiert so wenig. Oh, da war noch. Hier passiert das. Ja, ich hab's gesehen. Ich würde das Bush Game spielen. Ich hab da nicht so geil grad. Da ist er. Ja. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ich hab Gas... Ich hab unabsichtlich Gasgranaten genommen. Ich hab unabsichtlich Gasgranaten genommen, aber ja. Das ist jetzt so. Ja, sie kommen, das ist jetzt schwierig jetzt. Ja, schlägt halt da. Ist das einer? So leicht. Was? Also, das ist die SPR mit. Lass den vielleicht, hm? Oder du... Ach, das ist das genau. Du musst jetzt aber weg. Ja, das ist eh er. Das ist der letzte. Tja. Ja, was? Tja. Nein, nein, das ist gar nicht... Sauwärgut zu wär. Stark, ne? Me, me dem eher. Geil. Ey, weil da ist jetzt n ersten Spiel, gell? Mhm. Okay. und da ist mit einem viel zu späten cooler comeback aber er panisch sei seine schildern oder nicht schlecht so was gibt die der team darf dafür ja ich war auch dabei speichern und dann habe ich also hätte